Sie sind mir dann auch geschenkt. Und ähm... Ich werde immer ganz stolzig hören. Jeden Tag mache ich da so meine Runde. Ich werde immer noch ein bisschen was extra dazu. Das koppelt fast gar nicht, das Mikrofon. Das ist gut. Bitte? Der Motor ist repariert. Nee, wir hatten nie einen Elektromotor. Muss ich dazu sagen. Nee, den Elektromotor, den gab es leider wirklich nicht. Der wurde erfunden. Du musst es schieben. Gibt es weitere Fragen? Wirklich, ja. Ich hätte eine Frage. Kann man das Mikro ein bisschen leiser drehen? Bisschen leiser? Nicht mein, sondern Salz. Ja, super. Oh, ist schon viel besser. Ja. Oh. Einiges. Einiges. Ist es auf sie bezogen, oder?